Antenne MV. 100% Mecklenburg-Vorpommern. 100% die beste Comedy für unser Land. Jetzt Bauer Call. Mit gutem Grund. Präsentiert von den Concordia-Versicherungen in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Freunde von TV Schwerin, MV1 und Antenne MV. Hier ist wieder euer Bauer Call. Urlauber, Urlauber, Urlauber und Urlauberinnen. Ich mache dir mal ein Beispiel. Beispiel, also weißt du, früher, da war das bei uns auf dem Dorf ja richtig schön entspannt. Im Dorfkonsum, überhaupt keine Schlange, gar nichts. Gut, da gab es auch nichts, aber dafür hatten wir damals bei uns im Dorf auch keine Urlaubers. Und heute, da denken ja die Urlauber, nur weil sie Omas alten Schwarzbau-Bungalow hinter dem Rode-Dendon-Brusch am Ententeich gemietet haben, würde ihnen das ganze Dorf gehören. Und du kommst überhaupt nicht mehr durch. Ich meine, hier bei uns auf dem Dorf, da geht das ja noch. Da ist das ja alles noch in Ordnung, weil hier auf dem Lande, da ist ja wirklich nicht viel los. Und ich weiß auch, ich soll nicht schlecht über den Tourismus reden. Das ist unser Wirtschaftsfaktor Nummer 1. Aber es redet doch auch keiner gut über die Rüstungsindustrie. Und das ist erstmal ein Wirtschaftsfaktor, sage ich dir. Und hier auf dem Land, sage ich ja, das geht noch, aber da oben auf Rügen, da hält es auch keiner aus. Erst die ganze Anreiseschlacht auf der Straße, dann das Sardinellengelege da am Strand, hinterher drängeln an der Kasse vom Discounter und am Abend noch das ganze Gequetsche am All-Inclusive-Buffet, weil der Urlaub ja auch noch abgegessen werden muss. Nee, da lobe ich mir das bei uns auf dem Dorf, Freunde. Deshalb die auf Rügen, die Leute, die sind alle total frustriert. Und deshalb sagen die auf Rügen auch immer, drei Worte genügen, runter von Rügen. Hau rin und pisch nicht in, es sei denn, du brauchst das für die Pflegestufe. Tschüss!